Herzlich willkommen zu Vermögen, dem Anlage-Podcast der Deutschen Apotheker und Ärztebank. Mein Name ist Christoph Koos und ich begrüße euch wie immer ganz herzlich zu unserem kleinen Podcast. Wie ihr das ja schon wisst, bin ich ja nur derjenige, der hier die Fragen stellt. Die Expertise hole ich mir jedes Mal neu an Land und heute begrüße ich ganz herzlich den Kai Brüning bei mir. Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Du bist ja schon zum zweiten Mal bei uns. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen. Damals ging es um das Thema Gesundheitsinvestments und welche Überraschung. Heute geht es auch darum, allerdings mit einer speziellen Ausprägung und zwar wollen wir uns ein bisschen über die Schnittstelle zwischen Gesundheit und IT unterhalten. Vielleicht starte ich direkt mal mit einer Frage. Gesundheit und IT, das hört sich jetzt nicht nach einer extrem großen Überschneidungsmenge an. Klär uns mal auf, wie hängt das denn zusammen? Gut, also jetzt mal flapsig, ich bin ja auch von der Ausbildung, bin ich ja kein Mediziner, sondern ich bin ja auch BWLer und würde jetzt mal vermuten, ohne den Medizinern nahe treten zu wollen, dass sie sich mit IT in ihrer Jugend auch eher weniger auseinandergesetzt haben. Also wie wir als Kaufmänner halt auch. Und wir sehen halt aber schon, dass wie wir alle in der Berufswelt, die Symbiose kommt ja auf uns zu und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und IT nimmt halt mittlerweile einen ganz wichtigen Teil im Berufsalltag ein und der wird wahrscheinlich noch wichtiger werden, weil wir nicht mehr nur die Abrechnung beispielsweise einfacher handhaben können, sondern potenziell, und das ist halt die Hoffnung, in Zukunft halt auch Prävention, Diagnose und Behandlung halt auch mithilfe von Intelligenz, künstlicher Intelligenz, IT handhaben können. Mhm. Stichwort Dr. Google. Das sperrt ja immer so in aller Munde und ich kann mich auch nicht davon freisprechen, dass ich, bevor ich zum Arzt gehe, dann doch mal die ein oder andere Befindlichkeit gegoogelt habe, was denn so sein könnte. Nun wird das ja bei Heilberuflern allgemein nicht uneingeschränkt positiv aufgenommen. Würdest du sagen, dass Dr. Google, künstliche Intelligenz, ist auch ein wichtiger Part davon, dass das irgendwann den Medizin aus Fleisch und Blut ersetzt? Also ganz ersetzen kann ich mir nicht vorstellen. Und man muss natürlich auch die verschiedenen Dimensionen halt unterscheiden. Ja, zum einen, genau wie du es gerade beschrieben hast, wenn ich selber was habe, wenn ich krank bin, wenn im Bekanntenkreis, im Verwandtenkreis jemand was hat, natürlich macht man sich dann schlau und liest sich erst mal ein. Sondern dann kommt es aber erst mal darauf an, die verschiedenen Quellen überhaupt einordnen zu können. Weil das erste, was aufpoppt, wenn man bei Dr. Google nachschaut, sind dann irgendwelche komischen Besserleben, Schönerleben-Seiten, mit denen man natürlich nicht so viel anfangen kann. Gerade wenn man aus der Schulmedizin kommt und irgendwie sich auf klinische Studien oder klinische Daten versucht zu beziehen, da ist ja ein relativ wenig Bezug zu. Wenn man im ersten Augenblick mal diese Quellen heranzieht. Das führt natürlich dann auch zu, beim Mediziner im täglichen Alltag, dass er auch ein bisschen genervt ist, weil jeder Patient es im Prinzip besser weiß und dementsprechend im Fußball sagt, es gibt tausend Bundestrainer in der Medizin, kann man demnächst sagen, es gibt tausend Doktoren, die es eventuell besser können als der Fachmann. Das ist natürlich nicht der Fall. Von daher ist es gut, wenn man sich fortbildet als Patient auch, damit man einigermaßen weiß, was man hat, weil das ist ja auch immer so eine Blackbox. Man geht zum Arzt, wird behandelt und weiß überhaupt nicht, was da immer gemacht wird, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt. Von daher ist es gut, dass man Werkzeuge hat, wo man sich fortbilden kann, sich schlauer machen kann. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich tatsächlich das Operative dann. Wie kann mir die Digitalisierung, wie können mir die Daten weiterhelfen? Und Stichwort Daten, das ist natürlich das A und O. Weil Künstliche Intelligenz und die ganze IT können auch nur helfen, wenn die Datenqualität, die ich da zugrunde lege, auch gut ist und ausreichend ist und umfangreich ist. Und das ist dann der Punkt, wo man sagt, wenn das gut aufgesetzt ist, dann kann es auch zur Symbiose kommen, dass der Doktor tatsächlich durch Künstliche Intelligenz unterstützt werden kann. Nun sind wir ja kein Gesundheits-Podcast, sondern Anlage-Podcast. Entschuldigung, ja. Nö, alles gut. Ich habe ja die Frage gestellt. Kein Problem. Kommen wir trotzdem mal zur Anlegerperspektive. Gesundheit als Investment haben wir ja beim letzten Mal hier was drüber gesprochen. Interessante Nische. Wenn ich jetzt in dieser Nische tatsächlich noch mich weiter spezialisiere, dadurch, dass ich Gesundheit in Verbindung mit IT suche, macht das überhaupt Sinn, sich da noch weiter zu spezialisieren? Weil ich habe immer so im Ohr von Portfolio-Managern ein Credo, was immer kommt, ist Diversifizierung, sich breit aufstellen, nicht zu sehr auf ein Pferd setzen. Widerspricht das dem nicht eigentlich? Nein. Also ich habe auch beim letzten Mal schon gesagt, du hast mich beim letzten Mal gefragt, ich erinnere mich, dass du gefragt hast, wie sollte denn man rangehen, wenn man investiert? Und da habe ich gesagt, man soll sich zumindest mit dem auskennen, man soll sich dafür interessieren, wenn man irgendwo investiert. Und in dem Fall ist es ja auch so, auch für unsere Kunden, für unsere Inhaber, die Ärzte und Apotheker, die wissen ja auch, die sehen es ja. Was im täglichen Alltag auf sie zukommt, dass es immer wichtiger wird, die Digitalisierung. Und das ist natürlich ein Thema. Ja, das klingt jetzt abgedroschen, Healthcare 2.0, das ist ja mittlerweile schon Healthcare 3.0, 4.0, wie auch immer. Aber diese Symbiose aus Technologie und Gesundheit, das ist schon ein eigenes Thema für sich. Also da ist es ja so, in der Vergangenheit haben wir eigentlich eher immer in den Krankheitsmarkt investiert, weil man hat sich ja mit Gesundheit erst auseinandergesetzt, wenn man krank war, wenn man Medikamente nehmen musste etc. etc. Ich glaube, durch diese Digitalisierung und die potenzielle Prävention, die man dadurch machen kann, wird der Markt auch viel größer. Das heißt, wir reden nicht mehr nur von Therapie, von Heilung, sondern wir reden in Zukunft auch von Prävention. Was kann ich überhaupt dagegen tun, überhaupt gar nicht erst krank zu werden? Und dementsprechend wird das Thema der Markt dadurch auch viel größer. Man hat viel mehr Marktteilnehmer, in die man investieren kann. Klassisch haben wir die Pharmaunternehmen, die Biotech-Unternehmen, die Medizintechnik-Unternehmen. Mittlerweile kommen ganz neue Marktteilnehmer dazu, die von der Technologieseite kommen, die wir überhaupt vorher noch gar nicht betrachtet haben in unseren Analysen. Dementsprechend wird zum einen das Universum an Unternehmen größer, aber auch der Markt potenziell, in dem man da investiert wird, größer. Von daher ist es gar nicht so eine Nische in der Nische, sondern ich glaube, das ist etwas, was sich da neu entwickelt, ein neuer Markt, der sich da bildet, der natürlich integriert ist in den normalen Gesundheitsmarkt. Jetzt hast du schon quasi eine Frage vorweggenommen, die ich schon im Nachgang gestellt hätte, denn das ist jetzt ja nicht nur aus Anlegersicht, das ist halt eine Spezialisierung. Als Portfolio-Manager habt ihr diese Spezialisierung genauso. Das heißt, du hast es jetzt eben schon halbe Antwort, ich frage trotzdem nochmal nach, ihr findet schon genügend Unternehmen, die exakt diese Kombination aus Gesundheit und IT auch anbieten, sozusagen. Also sagen wir mal so, im Augenblick spielt sich der Markt noch sehr stark im privaten Bereich ab, im Start-up-Bereich, im Private-Equity-Bereich. Es sind in der Tat die Unternehmen, die gelistet sind an internationalen Börsen, in die wir investieren dürfen mit unseren Produkten. Ich will nicht sagen, lassen sich an einer Hand abzählen, das mit Sicherheit nicht. Es sind schon mehrere, es geht schon in den dreistelligen Bereich rein, aber es sind bei Weitem, das Universum ist noch überschaubar. Das heißt, wir sind schon davon abhängig, dass diese Unternehmen, dass diese Wellesunternehmen groß werden, dass sie auch irgendwann mal einen Börsengang planen und dann auch börsenfähig sind, dass wir dort rein investieren können. Das ist schon ein Punkt, der aktuell so ein bisschen ein Haken ist. Nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass die bestehenden Gesundheitsunternehmen, die jetzt nicht unbedingt aus der Tech-Schiene kommen, sondern die, in denen wir uns auskennen, die auch gelistet schon sind, dass es für die immer wichtiger wird, diesen Teilbereich Digitalisierung aufzubauen, ihre eigenen Produkte mit digitalen Features zu versetzen, was wiederum potenziell interessante Investmentgebiete für uns sind. Dann gibt es die etablierten Tech-Unternehmen wie Google, Apple und Amazon, will ich jetzt nicht sagen. Wer ist dieser Chip-Hersteller, den jetzt alle haben mit N, das hängt sich nicht an. Aber alle Unternehmen, die aus dem Tech-Bereich kommen, die haben ja irgendwann alle was mit Gesundheit zu tun. Google investiert so viel in Gesundheit, das ist der größte Bereich, den die neben den Suchmaschinen haben, wo sie investieren. Von daher ist das auch was, was man nicht unterschätzen sollte und von daher sind das auch für uns potenzielle Investment-Targets. Das heißt, um es nochmal nachzufragen, Unternehmen auf einer Start-up-Ebene, die ja schon auch eher so Zukunftsvisionen verkaufen, also wo vielleicht noch nicht das profitable Geschäftsmodell tatsächlich hintersteht. Die berücksichtigt er jetzt gar nicht im Fonds. Nicht ganz. Es gibt halt viele, die gar nicht börsengelistet sind. Wir haben im Fonds zum Beispiel, es gibt in Frankreich ein ganz tolles Unternehmen, nennt sich Mediant Technologies, ist sehr klein, macht noch keine Gewinne, macht langsam, laufen die Umsätze ein. Die analysieren mittels ihrer künstlichen Intelligenz, mittels ihrer IT bildgebende Diagnostik. Das heißt, wenn ich über mehrere Phasen Bilder nehme von einem Lebercalzinom quasi, dann analysiert der Algorithmus von Mediant, wie sich oder ob erstens potenziell eine Gefahrenstelle sich da auf dem Bild befindet und dann auch, wie sich das verändert im Laufe der Zeit, damit der Arzt sieht, vermeintlich unter Umständen mehr als das menschliche Auge in so einem Bild sehen würde. Und von daher ist das, was wir auch investieren. Die sind halt börsengelistet. Die haben gerade gestern neue Daten veröffentlicht, die zeigen, dass man mit einer 90-prozentigen Sensitivität sich heranschleichenden Lebercalzinome halt identifizieren kann, im ganz frühen Stadium schon. Und das ist natürlich schon eine gute Quote, auf der man aufbauen kann, um dann auch frühzeitig den Krebs behandeln zu können. Ist das eher die Seltenheit, dass ihr solche Perlen, sage ich mal, findet? Und sind es doch eher die größeren Unternehmen, die in so einem Fonds drin sind, die dann eben auch Gesundheit, aber vielleicht auch grundsätzlich von der Herkunft, die aus dem IT-Bereich kommen? Ne, also was ich da eben beschrieben habe, ist eher eine Beimischung an einem kleinen Unternehmen, die sich dann im Fonds wiederfinden. Genau wie du eben sagtest, aus den Diversifizierungsaspekten. Das sind natürlich die großen Unternehmen, die auch hier den Stamm im Unternehmen im Fonds ausmachen, um halt das Portfolio auch zu stabilisieren. Nun sind ja gerade die großen Tech-Unternehmen seit der Corona-Krise bzw. nach der Corona-Krise eigentlich ziemlich eingebrochen am Markt, haben ziemlich viele Kursrückschläge erlitten. War das ein Problem für euch? Da möchte ich dir fast etwas widersprechen, weil insbesondere Google, Apple und Microsoft sind ja die Unternehmen, die in diesem Jahr den gesamten Markt in die Höhe getrieben haben, weil die relativ gut sich entwickelt haben und jetzt auch schon seit mehr als zehn Monaten. Es ist faktisch so, dass eigentlich der ganze Rest des Marktes nicht so gut sich entwickelt aufgrund des konjunkturellen Umfeldes. Aber diese Tech-Werte, dadurch, dass sie nicht so zyklisch sind, dass wir gerade in der Umbauphase sind, dass alle in Technologie investieren, dass die sich recht gut entwickeln. Und ja, um das auch zu beantworten, auch wir haben tatsächlich jetzt nicht in den Top Ten, aber als Beimischung, weil diese Unternehmen halt einen guten Stellenwert im Gesundheitswert haben. Wenn man sich überlegt, allein über die Apple Watch, das ein FDA zugelassenes EKG im Prinzip darstellt, wenn man jetzt nur die Apple Watch nimmt, wäre Apple das achtgrößte Medizintechnikunternehmen der Welt. Nur über die Apple Watch Umsätze. Also ich verstehe, wenn jemand sagt, das ist kein Gesundheitsunternehmen per se, aber die investieren sehr stark in den Gesundheitsmarkt, die tun viel für den Gesundheitsmarkt und von daher halten wir es auch durchaus für gerechtfertigt, Unternehmen wie Apple und Google in so einem Fonds dann auch zu allokieren. Zumal es ja dafür sorgt, dass sich insgesamt das Portfolio weiter diversifiziert, weil es ansonsten wahrscheinlich auch relativ volatil wäre, oder? Absolut, absolut. Wenn du nur diese kleinen drin hast, dann hast du ja eben eine etwas größere Schwankungsintensität da wahrscheinlich auch. Genau so ist es. Und der Name, den ich eben gesucht habe, ist NVIDIA. Und klar, da kann man auch sagen, also in jedem Prozess, in jedem Computer, der in der Erzpraxis angewendet wird, ist wahrscheinlich ein NVIDIA-Chip drin. Könnte man theoretisch auch argumentieren, dass das für uns ein Target ist, haben wir leider nicht gehabt. Am Ende, wie immer, die Frage, how to do it? Wie würde ich denn als Anleger voranschreiten oder vorgehen, wenn ich in diesen Themenmix aus Gesundheit und IT investieren möchte? Was wären da gängige Wege? Ja, auch hier, wie immer, dieselbe Antwort. Wenn ich mich auskenne und weiß, was ich kaufen möchte, kann ich ein Einzelinvestment tätigen, wenn ich mich wirklich gut auskenne. Wenn ich mich nicht so gut auskenne möchte, aber irgendwo in dieses Thema investieren, weil ich glaube, dass es aussichtsreich ist, dann halte ich persönlich, und das ist jetzt nicht unbedingt, weil es mein täglich Brot ist, aber halte ich eine Fondslösung für sinnvoll und hilfreich, gerade weil wir in diesem Bereich, wie gesagt, Unternehmen wie Medion, die ich eben angesprochen habe, die sind natürlich auch noch von Finanzierung abhängig. Und Leute wie wir oder wie andere aktive Vormenörder sind halt die Einzigen, die diesen Unternehmen halt auch Gelder zur Verfügung stellen können über Kapitalerhöhungen, damit die ihre Produkte weiterentwickeln, damit die es überhaupt ihre PS auf die Straße bringen können. Das bringt mich natürlich wieder zu meinem üblichen Kreuzzug gegen die ETFs, weil das halt wirklich nur passive Gelder sind, die den Markt abbilden, ohne dass irgendein Unternehmen jemals einen Cent von diesen ganzen Milliarden Geldern sieht, die da in den Markt reinfließen und die sowieso nur die großen Indizes abbilden. Also über ETFs ist mir zumindest nicht bekannt, dass ich so spezifisch, ja doch es gibt einige Nischenanbieter, die das anbieten, aber wie gesagt, die Unternehmen selber, die die Gelder benötigen, um weiter die Digitalisierung vorantreiben zu können, die sehen keinen Cent von den Geldern, die eigentlich über den Kapitalmarkt in die Unternehmen fließen sollten. Du hast es ja schon mehrfach angesprochen, Medion, das Unternehmen, so hieß es, ne? Genau. Hätte ich als Privatanleger auch eine Möglichkeit, dort direkt zu investieren? Ja, es ist ein börsengelöstes Unternehmen in Frankreich an der Börse. Da wird auch überlegt, ob sie da gerne in die Nasdaq gehen, weil man muss leider sehr Gottes auch zugeben, dass immer noch in den USA mehr Geld vorhanden ist, um in solche auch Wachstumsunternehmen zu investieren. Wir Europäer sind da traditionell sehr zurückhaltend, leider Gottes. Da ist halt die Mentalität eine andere. Das nutzen natürlich auch viele europäische Unternehmen und lassen einfach ihren Börsengang in Europa und gehen direkt in die USA, in die Börse, weil sie da vermutlich eine Risiko- und offenere Investorenbasis haben, die auch mehr Geld zur Verfügung hat, um zu investieren. Das ist immer das übliche Problem. Wir sind mit unserer Aktienphilosophie, die wir in Europa haben, ja immer noch meilenweit zurück hinter dem, was in den USA beispielsweise möglich ist. Und auch was in China halt auch jetzt kommt, da fließen ja auch sehr viele Gelder in den Aktienmarkt rein, in Beteiligung an Unternehmen auch. Nochmal zum Organisator, schon einfach mal aus Interesse gefragt, also wenn das Unternehmen in Frankreich gelistet ist und nicht in Deutschland, das heißt, dann müsste ich auch über eine Auslandsbörse quasi es kaufen. Das ist auch teuer, oder? Gut, ich bin jetzt kein Privatkundenbetreuer. Ich könnte mir vorstellen, dass man über diese Regionalbörsen in Stuttgart oder so, da werden wahrscheinlich einzelne Stücke gehandelt. Und normalerweise werde ich, je nachdem zu welcher Hausbank ich habe oder welchen Broker ich habe als Privater, sollte es eigentlich möglich sein, auch in Paris Aktien kaufen zu können in Europa, was jetzt die einzelnen Kosten angeht. Das hängt von dem Broker ab, den ich als Retail-Kunde halt habe. Gut, aber spätestens müsste ich ja erstmal wissen, dass diese Aktie überhaupt aussichtsreich ist und dass ich dort eine Perle vorfinde, in die ich investieren könnte. Und daran muss ich wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit investieren, um dann tatsächlich diese Perle auch zu finden. Exakt, so ist es. Super, dann sage ich vielen Dank, dass du da warst. Und ja, Gesundheitsinvestments generell hatten wir schon beim letzten Mal. Eine spannende Nische, ein spannendes Thema. Und die Spezialisierung in Richtung IT und Gesundheit, habe ich jetzt gelernt, ist durchaus auch keine allzu kleine Nische, weil der Markt also beständig wächst und es sich durchaus lohnt, auch ein solches Thema mal bei dem eigenen Portfolio beizumischen. Super, dann wie gesagt, vielen Dank fürs Kommen. Danke Christoph, ich freue mich jederzeit. Ich freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und ja, ihr natürlich auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich sage hier an dieser Stelle bis zum nächsten Mal.